Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa hier Ninjas da draußen und heute wieder zu einer Folge Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit Fresh Fries und Pipro Hallo! Hi! Ich krieg die neun Punkte nicht auf die Kette Ich krieg die neun Punkte echt nicht auf die Kette Ohne Witz! Wie geht das? Kann man eigentlich null Punkte bekriegen? Vielleicht werden wir es diese Runde rausfinden Wird jetzt dann null Punkte machen und dann so übelst aufdrehen und immer gewinnen Kann ich Einfach so mit Absicht immer letzter gemacht Dann fährt mit der Die hast Bibilo Uh, da hatte ich Glück! Au! Da nicht mehr Nicht wirklich Oh! Die Flaggen fluten bisschen kurz Die Bananen? Ja! Keiner kraft irgendwo warm Ne blöder Winkel Natürlich werde ich weggetrötet vom Bibro Der denkt sich halt Rache ist Blutwurst Ich hab noch ne Tröte Wow! Da war ich zum Glück nicht von betroffen Von ne Tröte? Von der zweiten Tröte Nehmt doch mal die Bombe ne? Ja ja! Spätestens die grüne hätte Hätte Bibro eh erwischt Dann überrollt mich eine! Ach come on! Und der steht in der Wiese! Das tut weh! Die nächste Die nächste Die Probe die da durchgereift oder ist? Ja ich hab ihm die Bombe vor die Fresse geworfen Einfach weil ich's kann Ah schade Ach come on! Er hat mir das geschenkt Nein! Ich treff mich selber mit meiner grün! Mg Ohaha! Mg noch getroffen oder was? Nein! Ach das war der andere! Ich bin dritter Da war noch ein anderer Dings Mario Der dein Ding hatte Tanuki Der war zweiter zu dem Moment Ich hab ihn getroffen Dadurch bist du dritter gewonnen Fresh ist erster Musst wohl ein Bug sein Easy Musst wohl ein Bug sein Erste Erste Mal seit Ewigkeiten dass er erster wird Gegner schon, ne? Safe and Bug Ja und gleich die riesen Fresse Jetzt wird er wieder ein letzter Oh herrlich So ich muss dann los, ne? Jaja Nix gibt's Du bleibst hier Oh, Fresh hat mal das Krönchen auf Safe and Bug Ja natürlich Safe and Bug Aber er hat andere wär gelogen Easy dominiert das Rennen Easy dominiert das Rennen Glück gehabt Die Wahrscheinlichkeit ist hoch Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass F-Zero kommt Aber bei unserem Glück wird's wieder Fresh Strecke Halt die Fresse Aber genau, Fresh seine Hab ich's nicht gesagt Ja Vier Punkte Hab kurz das Ding angemacht Die hat nur noch vier Punkte Die könnte jetzt auf Null kommen Gibt's da Minuspunkte überhaupt, ne? Bäh, ich schätze nicht Umsonst steigt man nicht mit 1000 ein Bibro genau mein Geschenk wollte Mehr wollte er gar nicht Und Mk will genau mich Watt, ich wollt nicht dich Ich hätt Bibro getroffen bei mir Bei mir hast du mich getroffen Achso, ja ok Es erklärt wieso das Bibro einfach weiter gefahren ist Oh Banan Da bin ich gerade so dran entlang geschlittert Ja, ich auch Ja, ihr feuert mir eine Eine? Boah Kannst du ein bisschen schneller fahren da vorne? Warum? Du hast drei rote Du machst mir Sorgen Ja, schade Die geht trotzdem auf mich Wie Bibro gerade erst? Ich hätt die Abkürzung durch'n Wasserfein nehmen können Ich hätte Du hast das nicht Aber ich... keine Ahnung Brain AFK Ah, nicht nur das Na klar Hier liegen einfach mal zwei Pülze rum Die kann man sich mal genehmigen So, komm schon Konzentriert bleiben Pakete nicht einsammeln Ich muss wieder was sagen Sonst hört mich wieder aus dem Test Red halt ganz normal Ja, ich weiß nicht was ich sonst sagen soll Nimm halt einfach am Spielgeschehen teil Ja Und sage was du gerade machst Wenn ich gestern bin dann Ja, come on Die zweite Blaue Ja, kannst du es ja eh Hat nix gebracht Ahhhh Hi Fresh Ich bin durch'm Wasserfall durch Ja, ich hab's gesehen Danach aber gerade ausgefahren Wasser Das ist mir letzte Runde passiert Hä? Hä? Okay Was hat mich da jetzt getroffen von dir Biebro? Was hat mich jetzt getroffen? Ah, sag halt das Hä? Warum nimmt das... Oh, come on Ja, ich bin auf einmal 6 Ah, ne Baumwärm Hast du Bock auf ne Baumwärm geh? Ne, sie wird mir geschaut Come on Come on Yes, zwei da Come on Oh, ich wär fast noch am Biebro angekommen Vierteil Ah So muss das sein Aber da wird Pico nochmal ausgeteilt Eieiei Und Sehen wir das erste Mal die Nullpunkte Minus 3 Nein, nein, ein Echte Runde Echte Runde Einen noch Na klar Bei wieviel Dingern sind wir überhaupt? Bei der dritten Nein, bei der zweiten Bei der zweiten Also der erste Jetzt kommt die dritte Jetzt kommt die dritte Wenn du sagst Wir haben Dimitri schon gefeiert Mit seinen unter 400 Punkten Aber Das ist jetzt der absolute Abschuss Der eine mit den blauen Haaren Das kann ich mir halt echt nicht erklären Nicht mal irgendwie vorletzter zu werden Dass du dann Pluspunkte kriegst Du kriegst ja dann schon wirklich als vorletzter Pluspunkte Ist halt echt krass Ist halt echt krass Mir unbegreiflich Und dass man das dann wirklich noch Bock hat zu spielen Keine Ahnung Keine Ahnung Auf wem warten wir hier Ahnung Nein, er hat noch nicht gewählt Der wird wohl glaube ich noch das Auto wechseln So wie es aussieht Das hat halt so lange dauert Ja, der was sagt Los geht's Hat noch Oh nein, doch nicht Sag du Wolltest du jetzt behaupten, dass der noch nie noch keine Strecke ausgewählt hat? Ja, aber ich Ich habe mich vertraut Äh 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 Todsautobahn Ein Schwärzer Ach komm, der mit einem Punkt ist jetzt raus Ah, schade Wir sehen die Null wieder nicht Vielleicht wurde er einfach disqualifiziert Üb erstmal im Einzelplayer Ist auch rausgeschmissen worden aus der Lobby Ein super Start Wie freut das Auto gewechselt? Ganz lange Echt? Glaub ich gar nicht mehr Bisschen abwechseln Aua, Auto Oder Bus Ihr habt immer dasselbe Auto, oder? Ja Ich habe Standard Card Ich könnte noch ein schnelleres Setup machen Da bräuchte ich nur andere Reifen für Ich habe immer dasselbe Reifen Hör ich nicht Ich schau mir da schon das Setup an Ja, ich bin mit denen kannst du am besten thriften Mit denen? Mit meinen? Wir haben eigentlich die höchste Haftung, was du hast Du hast ja die Slicks, oder? Keine Ahnung, wie die hast du Mit denen hast du die höchste Ne, ich bin nicht Erster Erster Der andere Tanuki Der andere Tanuki Ja Wahrscheinlich Ja, natürlich Ich fahr in den Bus Ich fahr in den Bus Von so Oh Gott, was mach ich da Ja, schon wieder Der wird freigedrückt Bibo Grüße gehen raus Was sagt der noch Wirst du doch wird er noch Oh, ein grüner Wow Der Sterne hat's voll gebracht Was? Ich hab dich doch bei mir gerammt Du bist einfach ganz normal weitergefahren Kein Item für Fresh Ist halt echt so, er klappt mir alles Alles, was vor mir liegt Komplett weg Und dann kommt jemand mit Windschatten Und zieht an mir vorbei So wie er sich gehört Da kommt noch ein Item für Beeprold Wer ist Erster? Ich bin nicht Erster Ich auch nicht Aber ich werd's noch Ich werd's noch Wuhu Erster Ich werd Neunter Ich bin Vierter Vier steht für Lifestyle Von Neunter Von Neunter auf Eins In einer Runde Wuhu 20 wohlverdiente Punkte Verdient, sagt er Hat er nicht gesagt, oder? Ich hab dich gut aus dem Spiel genommen Indem dass ich dir jedes Item geklaut habe Und wo war das verdient? Sehr verdient So wie er sich gehört Die Feinheiten des Spiels erkannt Und sie zu meinen Gunsten genutzt Schon ist es verdient Weder Wipfel Ne Ist auch ne schöne Strecke Die Slicks hab ich als Reifen Hab ich doch gesagt, oder? Ich war mir nicht sicher Aber wenn ich die aufziehen würde Auf meinen Standard Card wär ich sogar noch schneller Oder machst du nicht? Keine Ahnung Weil ich so euch schon wegfahre Einmal gewinnt der Durchlack weißt du Einmal? Einmal? Einmal bist du die Statistik wieder mal gefragt Ja Wie viel waren es? 61 Wins? Zu 10 61 Mal wo du vor mir ins Ziel gekommen bist Jaja Ahja Das ist ja kein Win So ziehe ich euch auch ab Ich bin immer vor euch Oder fast aber Da haben aber ja die anderen was mit zu tun Das sind einfach nur die Hacks Ist halt echt so ne? Dann kommt so eine Map Hat er kurz Map-Hack angemacht Ja natürlich die wollte ich Um dich abzufacken Hey wir haben einen Tschechen dabei Chips 45 Ja Und Russen 2 Russen 2 Italiener 3 Deutsche Oder 4 Habe ich mit dem 4ten Mittlerweile ist er aus der regionalen eine globale geworden Oder wie glaub ich Und er hat auch Käse Abgewirkt MG Jaja Ich lasse euch erstmal beiseite ziehen Der Schnacker Jetzt fall ich noch runter Jetzt bin ich 12 Hier ist Rush Grüße gehen raus Ah Fresh geistert bei mir hinten rum Geht so fünfter ne? Ja gut Jetzt nicht mehr Oh come on Noch mal Zehntelfter Nicht mehr feierlich Sehr feierlich Weggelappt immer Ah So knapp Oh was mach ich? So Bipro ist erster Wie wärs denn mal mit ner blauen? Wie wärs denn mal mit ner rote? Rote wäre nicht so queerlich gesagt Ne wärs auch nicht Dafür hab ich keine Zeit Für die rote Oh come on Ich fall schon wieder runter Ich hab grad das Endgegner Für die roten Hab ich absolut keine Zeit Dann geh Jaja Ist mir Vollkommen bewusst Schauen wir mal Bipro das Item an Drei grüne hat das ein Bipro? Ne War nicht vorne Dann hab ich die Volvo anders gekauft Gut Wenn du für rote keine Zeit hast Come on Jetzt hat er drei Drei? Weil ich hab immer noch keine Zeit dafür Aber für die blaue Wie hast du die jetzt bitte alle aufhalten können? Du hast sie zu schnell geworfen Die wurden drückt und back Äh Haben mich nur die Hälfte Davon Getroffen Ja ist ja egal Aber du bist getroffen worden Mit der Aussage Dass du keine Zeit hast Du wärst denn nicht getroffen worden Bester Wind den ich je hatte Ja klar ich hatte nen fucking Pilz Und wegen dem scheiß Gold Goldpilz konnte ich nicht Ich Ah Easy Davon geht du locker Fünfter Kann doch leider nicht hören Wen kannst du nicht hören? Euch Warum? Bin zu weit vorne So Nächste Runde Nächste Folge mach mal ne Solo Runde auf Das war's schon Achso das war's Wirklich? Ja Ja gut Wenn euch die Folge gefallen hat Gebt dir einen Daumen nach oben Schreibt uns was in die Kommentare Hier sind noch ein paar Videos für euch Wir sagen Ciao und Tschüss Bis zum nächsten Mal Ciao